hey sonja sonja ja ich muss dir was erzählen ja und zwar du kennst du wer mit millionär er war vor ein bisschen länger war so eine zeit ja so länger her und da war so ein mann ja und der hatte noch so drei jokers was schon bei seiner 1 millionen euro frage ja aber und zwar telefonjoker hatte diesen 50 50 joker und hatte publikumsjoker ja aber der wusste die antwort nicht ja da hat hatte günther ja auch gesagt ja was für joker nehmen oder so ja dann sagte der erste 50 50 joker ja dann hat es so gemacht ja und dann waren zwei antworten weg ja dann sagte günther ja auch hat zu ihm dann gesagt für welche der beiden antworten entscheidig entscheiden sie sich ja da hat er gesagt könnte ich die vorherigen antworten noch mal sehen was loschen so blöd aber das ging ja natürlich nicht und er wusste die antwort ja immer noch nicht ja und so also was lachst du denn so dumm hör zu das wird ja noch besser ja also hat er dann den anruf telefonjoker genommen ja das das telefon also da der günther ja auch sagte ich glaube so sie können nur 30 sekunden quatschen ja und so und dann beendet das telefonat ja und so wen sollen wir anrufen sagte günther ja auch ja dann sagte der meine ex frau ja und dann hört man so in dem saal von der wer wird millionär so dieses und dann sagte der siehst du schlampe ja ich bin bei der 1 millionen euro frage jerman da jetzt kann ich jede bisch Ratten johli jojo jodlundu verkürzen Aber zum Glück hatte der noch der Publikumsjoker, weil du willst ja wissen wie es ausgegangen ist, ob er die Millionen Dolores geklickt hat. Also pass auf. Dann nimmt er, weil der hat ja eh nichts mehr zu verlieren, es waren nur noch zwei Antworten und der Publikumsjoker. Also was denkst du, was hat er gemacht? Der Publikumsjoker. Richtig, der Publikumsjoker. Und das hat dann so Licht gemacht, so über die ganze Publikum drüber. Und dann irgendwann ist dieser Lichtball auf einen Mann drauf geknallt. Der hat sich dann so die Augen gerieben. Und so ist dann aufgestanden und dann sagte Günther ja auch zu dem Publikumstyp, wie ist die Antwort von dieser Frage? Dann sagte der, oh scheiße, ich habe nicht aufgepasst, aber ich habe eine andere Frage. Wie kann ich mit ihm hier teilnehmen? Eigentlich, ich weiß nicht, die Frage war auch schon ziemlich schwer, muss ich echt sagen. Da hieß es, welche Farbe hat der Himmel? Azur oder Rot? Ja, das waren die letzten Antworten. Ich hätte auch Rot genommen. Was ist Azur? Kann man das essen? Ja, ich guck an, wer wird mir näher mehr, werden die Leute von vorne bis hinten voll fett beschissen. Dankeschön.